Menschen sind so dumm, heute die Bundesregierung. Und zwar hat die Bundesregierung gedacht, ach ganz wie toll, wie toll, wie toll, wir nehmen einfach Geld, was wir eigentlich für Corona hatten, nämlich 60 Milliarden, und das stecken wir einfach in was anderes rein. Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, ja, Mama, kann ich bitte Geld für Süßigkeiten haben? Und dann kauft man sich, keine Ahnung, Kokain davon. Also fehlen, kurz gesagt, dem Bund fehlen 60 Milliarden. Dann, gut, vielleicht kann ja irgendjemand was leihen. Ansonsten, das ist ein Aufruf, Peter Zwickert, bitte melde dich. Peter Zwickert für Deutschland, komm zurück, hilf uns, ab ins Kanzleramt, ab ins Finanzministerium, greif uns unter die Arme und dann, damit alles gut, ganz sicher. Peter Zwickert für Deutschland.